So, willkommen zu einer kleinen Runde League of Legends. Ja, ich hatte mal wieder ein bisschen Lust drauf. Das ist bei mir so in Abständen, dass ich da mal Lust drauf habe. Das kam jetzt aber auch nur, weil ich hier letztens mit einem Freund mal wieder Dota 2 gespielt habe. Deswegen habe ich das hier auch mal wieder installiert. Äh, ja, League of Legends. Ich bin ein totaler Noob da drin. Trotz meiner durchaus einiger Spielzeit, die ich da schon habe. Shit, ich muss mal den Sound noch ein bisschen leiser stellen. Dann muss ich ordentlich runter. Das auch noch. Stell mal alles auf. Das ist das Effekt. Kann auch runter. Ping darf ruhig ein bisschen lauter sein. So. Okay. Ich spiele mit Brand Mitte. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung, was ich alles kaufen muss und was nicht. Ich nehme einfach mal das Empfohlene. Ist mir jetzt sowieso wurscht. Ist kein Ranked oder so. Ich, äh, pff. Zocke einfach mal nach gut dünken. Mal gucken, ob ich es noch ein bisschen drauf habe. Beziehungsweise, haha, das fand ich gut, war ich da ja noch nie drin. Äh, ich mag es auch nicht so sonderlich, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es früher ziemlich viel gezockt, aber jetzt finde ich es leider nicht mehr so geil. Vor allem hier mit diesem Meta und so. Ich weiß nicht, diese Noob Games und so, ne, wenn man so von 1 bis 30 da spielt, wo es dann keinen Meta gibt und so. Das war richtig lustig, ja. Das hat mir Spaß gemacht, weil alles einfach nur drunter und drüber ging. Aber hier mit diesem ganzen, äh, das ist mir alles, ne. Hier mit Meta und, äh, ja. Was weiß ich noch alles. Das geht mir alles, das ist für mich kein Spiel mehr, das ist mir alles viel zu anstrengend. Da, dass man alle Lastsits bekommt und, äh. Erstens bin ich da eh nicht so gut drin, wie man sieht. Und zweitens ist mir das alles viel zu anstrengend. Ja, ja. Wieso habe ich den jetzt nicht bekommen? Na, egal. So ab und zu mal ein Ründchen macht schon, macht schon Spaß. Aber was mich, was mich hier vor allem immer nervt, ist dieses, ist dieses ewige Rumgeflame, ne. Das, man kann einfach keine Runde spielen, ohne dass irgendjemand dabei ist, der rumflamt. Wupser. Soll ich vielleicht mal einen Tower ein bisschen deffen. Na, komm her. Oh. Oh, Mann. Oh, shit. Habe ich den schönes, äh, wie schönes Minion gekillt. Äh, vielleicht nehme ich demnächst auch mal eine Runde mit einem Freund von mir auf, der, äh, spielt eigentlich nur dieses Spiel mehr oder weniger. Oder was heißt nur, das ist, wäre ein bisschen übertrieben gesagt, aber... Der spielt's auf jeden Fall ziemlich viel. Äh, der carried mich dann schon ein bisschen. Dann wird es nicht so ein riesen Fiasco wie vielleicht dieses jetzt oder so, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die das an dem Matchmaking haben, ob die berücksichtigen, dass ich schon seit, im halben Jahr nicht mehr gespielt habe oder so. Ähm. Oh, das wird rumgepingt. Oh, oh. Okay, da scheint jemand noch schlechter zu seiner Sicht, oder das war nur ein von den Gefängelglück. Oh, gut job. Hey, haben die, hat sich da irgendwas verändert? Wieso sind die auf einmal so freundlich? Ja, okay, äh, spätestens dann, wenn ich, äh, am Feen bin, ist es wieder vorbei mit der... ...Freundlichkeit. Ja, schön. Ja, gut, aber man muss auch sagen, Brand, den konnte ich schon immer einigermaßen zumindest, ne? So, jetzt gehe ich erst mal schnell back. Irgendwie ist die Steuerung noch ein bisschen komisch. Haben die da auch irgendwas dran geändert? Auf jeden Fall, die Karte haben sie überarbeitet. Als ich das letzte Mal gespielt habe, war die doch komplett anders. Äh. Ja, super, und jetzt geht einer von unserer... Ach, das ist... Warum ist der denn jetzt rausgegangen? Der hat doch gar keinen Grund dazu. Äh, wahrscheinlich ein Disconnect. Ich sehe es schon kommen, ey. Ich werde hier... ...ein super Spiel hinlegen. Und... ...dann aufgrund meines Teams, weil die Hälfte davon einfach lieft, werde ich wieder... ...dieses Spiel verlieren, und dann habe ich wieder für das nächste Halbjahr keinen Bock mehr. Äh, so läuft's immer. Jawohl. Oh, ich muss nur auf ihren Bären aufpassen, warte mal. Wie war das mit Annie? Wenn die so einen komischen Auraum sich rumhat, dann hat die ihren Stun ready. So, ja, lol, äh, habe ich angefangen. Boah, wie war denn das? Ähm... W-wann kam... Ich... Ich habe es noch in der Beta gespielt, ne? Äh, wann war denn die? Ich... ...easy. Okay, die war jetzt wirklich... Was ist dat denn? Was ist dat denn? Okay, das habe ich noch nie gesehen. So, kloppen wir erstmal schön auf den Tower hier ein. Ich habe zur Not noch meinen Flash, um wegzukommen. Ich muss aber nicht gewastet sein, unbedingt. So, ich habe jetzt auch gerade wieder keine Ahnung, was ich skillen soll. Ja, genau, lol, äh, habe ich angefangen. Wann waren das? War das 2000? Zwölf? Ne, Quatsch. 2012 ist Quatsch. Wann war das? Wann war denn diese Beta da? Boah. Oh! Da hockt einer im Busch. W-wet ist dat denn? Der Rex Sai. Okay, den kenne ich zum Beispiel gar nicht, äh, pff. Keine Ahnung, was der kann. Werde ich dann gleich feststellen. Sollte ich auf jeden Fall nicht zu, äh... greedy reingehen. Äh... 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 Ja, genau, jetzt nochmal. Wann, wann habe ich das denn... War das... 2009? 2009? Scheiße. Wenn's dann gefällt... 2009 kann das sein, weil... Da hatte ich mein, äh... Da war mein Tower-PC mal kaputt und da musste ich's am Laptop spielen und das war so ewig ätzend, weil das... Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ja, das läuft so, wie ich's vorausgesagt habe. Aber einer geht raus und... Äh... Alle verlieren. So... Äh... Äh... Ja, ich glaub 2010 oder so war das. 2009, 2010... Äh... Und da hab ich's dann wirklich ziemlich lange gesuchtet, muss ich sagen. Ah, guck mal, die ist wieder da. Ich hab vielleicht doch mal ne Chance. Da ist wirklich ziemlich lange gesuchtet. Äh... Ich hab auch... Boah, ich weiß gar nicht. 600... Vins oder so? Die hat ihre Ulti nicht mehr. Äh... Sorry, my box is crashed. Was für ne Box, bitte. Spielt der mit ne Box, äh... Spielt der mit ne Box, äh... Sonst schmeißt der immer hier mit, äh, Holz-PC oder Toaster. Äh... Äh... Da würd ich... Da würd ich... Wow, ne, also... Ich glaub, das will ich gar nicht, obwohl... Ich mein, so viel wie ich schon gezockt hab, ist das eh egal. Was zur... Was zur... Okay... Okay... Was... Was... Hä? Da würd ich gar nicht mehr drauf hab, obwohl ich hab grad echte... Äh... Äh... Krassischen Noob-Gegner bekommen. Äh... So, Annie... So, Annie... So, Annie... Coming for you! Nein! Die hat mein Turm zur Stadt. Na egal. Das ist kein wenigstens... Was war das denn jetzt? Okay, die spielt aber hier auch ein... Naja... Okay, gut, ich mach jetzt aber... Ich bin aber jetzt... Gefeedet, glaub ich. Das darf ich nur nicht leichtsinnig werden. Was ich in dem Spiel aber ziemlich gerne tue. So, hier war doch gerade noch einer. Wo ist der denn hin? Und vor allem, was sind das hier für Dinger? Kann man die irgendwie... Ne, kann man nicht. Ach, schau mal an, wer da ist! Der hinterlässt überall so komische... Löcher. Hm, Poppy hat keinen Stun, ne? Ne. Schade, dääh, mein Ulti hat ein bisschen früher kommen müssen. Dann wäre die vielleicht nochmal zurückgebounced auf den. Egal, also habe ich Annie ein bisschen geärgert noch. Äh, dann gehe ich jetzt mal schnell weg mir Schuhe kaufen, ordentliche. Damit ich noch ein bisschen schneller unterwegs bin. Ich werde eine Schneise brennen. Ich werde eine Schneise brennen. Ja, das funktioniert ja doch durchaus ganz gut. So, ja, ich werde vielleicht demnächst mal so eine kleine Dota-Reihe starten. Und da habe ich gerade echt wieder Bock drauf, weil Dota habe ich echt nicht viel gespielt. Und das ist ja eigentlich ziemlich lol-ähnlich. Äh, macht mir persönlich nur mehr Spaß. Wahrscheinlich ganz einfach deswegen, weil ich dann auf so einem Noob-Level bin. Und mir ist da sowieso... Weil ich halt einfach keine Ahnung von den Gems und von gar nichts habe. Ich weiß nicht, da ist noch so ein bisschen so ein Aha-Effekt und Wow-Effekt dabei, ne? Das ist dann schon noch mal ein bisschen was anderes. Also da habe ich durchaus Bock drauf. Vielleicht so ein... Da gab es glaube ich schon mal jemanden, der es gemacht hat, ne? Alle Champs in Dota zu spielen, weil... Die kann man ja alle spielen. Die sind ja alle free. Also kann man ja zwischen allen auswählen. Da hätte ich zum Beispiel wirklich mal Bock drauf, so ein bisschen... Einfach mal jeden Champion ausprobieren. Weil selbst in Dota spiele ich immer nur die gleichen, wenn ich mal spiele. Ich meine, da habe ich jetzt... Boah, ich weiß gar nicht. 50 Spiele oder so gemacht und die sind auch schon jetzt bestimmt ein Jahr her oder so. Und selbst da habe ich dann immer nur die gleichen gespielt. Aber da hätte ich schon mal Bock drauf. Oh, warte, ich sollte vielleicht den da unten helfen. Einfach mal alle auszuprobieren, weil... Sonst... Habe ich das gespielt und immer nur die gleichen. Also das kommt vielleicht im nächsten Mal, ich muss mal gucken. Das wäre auf jeden Fall mal interessant, glaube ich. Oh, da ist zweimal Blitzcrank. Scheiße, ich habe mein... 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 Q hier wieder gegen einen Minion geschleudert. Das bringt natürlich nichts. So, gehen wir mal in der Mitte. Da ein bisschen gegen Annie nochmal wüten. Oder macht Poppy das? Ne, Poppy geht drauf. Wenn die nicht aufpasst. Hallo, Annie. Na? Oh, oh. Hey! So, helfen wir Toplane auch mal schnell ein bisschen aus noch. Schaffen die das? Okay. Da bin ich nicht rechtzeitig gekommen, um den einen zu retten, aber... naja. Machste nix. Das ist es. Das ist der, den ich gerade gekillt hab. Den hab ich... den hab ich... mal so mitbekommen. Den Yasu, äh... Ach. Scheiße. Auf Lysalü... Kaufe gleich so'n... Zepter hier. Ich brauche ein bisschen mehr Live noch. Den Schwertkämpfer, ich weiß gar nicht mehr. Es gab immer mal so Phasen, wo ich LOL so ein, zwei Spielchen gespielt habe, aber das kam schon eher selten vor. Hehehehe, Godlike, okay, also für ein erstes Spiel ist das gar nicht mal so übel. Muss ich schon sagen. Scheiße, der war wiederum gefällt. Oh, oh. Okay, dafür fehlen die auch ganz gut. Oh, legendary. Ja, ich glaube, ich bin ganz gut gefiedert. So, ganz ehrlich, ich pushe jetzt einfach mal hier durch. Ich hoffe, das wird mich nicht zum Verhängnis. Aber gut, ich habe ja den, wie heißt er, Draven heißt, da habe ich ja dabei. So, hat der auch noch schönen Kill bekommen. So, mir geht es dann langsam das Mana aus. Ja, wohl ein bisschen ist es noch, ne? Oh, Mann. Ah, mischt. Oh, oh. Wieso, wieso Fokus, wieso, dingst mich der Tower hier? Oh, jetzt sollten wir vielleicht einen Abgang machen. Drei sind dann vielleicht auch ein bisschen viel. Ich hoffe, na, der Blitzcrank kommt jetzt nicht mehr irgendwo durch die, von der Seite oder so. Lol, meine Ulti. Wieso hat die nicht mehr bewirkt? Oh, oh. Okay, ich habe keinen Mana mehr. Scheiße. Was macht denn diese komische Aura hier um mich rum? Ich sehe, einer würde... Hä? Okay, keine Ahnung. Äh, mir fällt gerade ein, ich habe hier ja noch einen Slot. Das war so die letzte Änderung, die ich wirklich aktiv mitbekommen habe, dass man hier irgendwie... Genau, diese komischen Schmuckgegenstände... Ja, das dürfte mir jetzt eigentlich so ein Warg bringen, ne? Ja, genau. So, ja, Teamfight. Teamfight ist immer am geilsten. Ich muss sagen, wenn man gefiedert ist, macht das Spiel doch Spaß. Aber gut, das ist ja immer so, ne? Unbesiegbar ist, das ist schon geil. Ja, was heißt unbesiegbar? Unbesiegbar bin ich jetzt nicht! Hey, nein, nicht weg! Weg, Dingsen, hier. Ah, die wollen den... Ne, Quatsch. Ist das Baron? Ne, das ist Dragon, oder? Oh, guck mal, wer da oben ist. Ha, schau mal an! Da traut sich aber einer ziemlich stark in unsere Hälfte rein. Nein! Habe ich den knapp verfehlt, ey. So, ja, tut mir leid, wenn ich nicht so viel kommentiere gerade, äh, aber... Ich muss mich doch ein bisschen konzentrieren. So, jetzt gehe ich mal schon mal schnell back. Was kaufen? Kann ich mir schon was kaufen? Ich weiß es gar nicht. Äh, beziehungsweise, was will ich mir denn kaufen? Okay, wir bleiben bei Offensivfähigkeit schaden. Okay, das hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Unerlässliche Gegenstände. Hm, naja, dann... Meine Güte, warum nicht? Kaufen es halt mal. Ich habe eine kurze Lunte. Das könnte man auch, äh, zweideutig verstehen. Meins. Boah, da oben gibt's einen Farmer, leck mich am Arsch. Ja, ne Schneise brennen wäre durchaus so'n Vorteil, äh, weil wir brennen jetzt den Turm hier nieder. Haben die jetzt neuerdings ein Schutzschild auch? Ist ja interessant. Ich bin jetzt etwas beängstigend, dass hier nirgendwo ein Gegner ist, beziehungsweise nur einer. Äh, jetzt kommen sie. Okay. Waren die alle down oder was? Oh, oh, nicht gut. Oh, ne. Oh, ne. Nein, 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 nein! Oh, nein! Da war ich unnüversichtig und schon killt er mich. Oh! Verdammt! Das hätte nicht sein müssen, aber egal. Mh! Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Aber hey, ich hab eigentlich keinen Grund, mich zu, äh, aufzuregen. Aber die pushen besser als wir, ne? Oh, oh, poppy, 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 poppy. Haha, nice. Ja, genau, ich wollte ja, ähm, schon mal LOL ein bisschen aufnehmen, als ich hier noch, äh, ganz am Anfang, ähm, von meinem YouTube-Channel, äh, Und, äh, allerdings, hat da meine Hardware nicht mitgemacht, ne? Ich kann, ich konnte, äh, locker, äh, Counter-Strike und so auf 720p. Gut, natürlich auch nur auf mittler Grafik. Aber eigentlich könnte man ja meinen, dass LOL nicht so viele Ressourcen schluckt, aber das war echt übel. Was ist das denn für ein Vieh? Weil es ging wirklich, selbst auf minimalischen Einstellungen so, hat das noch geruckelt und gezuckelt und, was weiß ich, getan. Ich weiß echt nicht, was das war. War auf jeden Fall nicht sonderlich angenehm. Aber, das ist mit der Hardware hier jetzt, äh, durchaus, ich hab jetzt gerade, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hab nicht volle, äh, höchste Einstellungen, aber, ich hab konstante 60 FPS, da tut sich überhaupt nichts. Äh, das ist schon ziemlich angenehm. Oh, guys. Ah, komm, lass mal Annie hier killen. Äh, jetzt geht er zurück. Ich weiß nicht, ob ich allein gegen die kämpfen will. Ah, die hat ihren Stun nicht. Let's go. What? Oh, Alter. Die haut aber auch ordentlich rein. Ja, leck mich am Arsch. Okay, aber, lol. Okay, Poppy macht's nicht. Ah, doch. Nee, Quatsch. Oh, Mann. Lebt Annie immer noch, ey. Okay, die hat gerade mal deine Kills. Hey, wieso macht die denn so viel Damage? Ja, WTF? Ja, wegen wer, der werde ich mir jetzt nicht irgendwie Magic Resistance kaufen. Ich werde eine Schneise brennen. So, ich hoffe auch mal, dass das von den Sound-Einstellungen so passt. Okay, im Teamfight haben wir, glaube ich, eigentlich die beste... Ja, okay. Nevermind, das ist jetzt hier. Oh, Alter. Das ist mir alles zu... zu... Nee. Viel zu unsicher hier. Ich gehe lieber mal rauf, ein bisschen farmen. Schon die Wave-Klieren. Baron, wollen sie mal? Ja, let's go. Nicht? Not now. Okay, der wird schon wissen, warum nicht jetzt. Ich hätte den einfach gemacht, YOLO. Oh, aber ich hab's... Oh, ich hab die Buffs. Okay, da können sie einen Teamfight anbahnen. Wenn die nicht einen Abgang machen. Wenn they have less PBR. Ja, okay. Oh, wenn der seinen Dings mal treffen würde. Oh, ne. Drei sind nicht gut. Drei sind nicht gut. Wo ist denn unser Team? Beziehungsweise meins. Schieb die mich wieder weg hier. Ich hab ne scheiß Position hier. Team, du, something. Oh, oh. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh Mann, wieso stehen denn die bei... Puh, wir haben doppelt so viele Kills, ne? Aber die stehen bei uns in der Base drin. Äh. 20% Abklingzeitverringerung. Das ist gut. Das brauch ich. Aber warte mal. Ich kann mal diesen komischen Dorans Ring hier verkaufen. Brauch ich eh nicht mehr. Äh. 10% Abklingzeitverringerung. Okay, gehen wir erst mal auf das hier. All mid 1, 5 vs. 5 fire, then we can get Baron or Inhip. Nichts Inhip, gleich hier. Äh, wie heißt das Ding? Loll, was macht er denn? Der will nur wissen... Die wollen doch nur wissen, ob wir da ein Wort haben, oder? So. Ja, komm, ein bisschen näher noch. Oh, oh, ne, 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 ne. Alter, jetzt hat meine Ulti schon wieder nix getroffen. Oh, ne, 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 ne. Ich muss mich vielleicht schnell hier drinnen verstecken. Okay, die kriegen ihn auch so. Alles klar, sehr nice, sehr nice. Jetzt müssen wir nur alle back, das ist ein bisschen nicht so nice. Irgend von uns sind auch zwei draufgegangen. Scheiße. Komm schon, komm schon. Okay. Okay. So, wir müssen, wir müssen echt, äh, ja, Bot wird gepusht, aber das ist auch schon alles. Ist eh gleich wieder, äh, zurückgepusht, die Line. Nee, Lane, nicht Line. Mit Cooks zieht man sich in den Line. Hier sind's Lanes. Ist ein bisschen falsch. Obwohl man wahrscheinlich auch manchmal Cooks vertragen könnte, wenn man dieses Spiel spielt. Ach, warte mal, jetzt kann ich eigentlich mal dieses komische Wort hier einsetzen. Kann man das dann noch hier durchs... Ja, das funktioniert sehr schön, sehr schön. Anni hat zwar keine Kills, aber macht trotzdem noch ziemlich viel Damage. Die müssen wir irgendwie rausnehmen. Schön. Da hat mein Campen ja ein bisschen was gebracht. Aber jetzt wissen sie es leider, dass ich da drin gehockt bin. Nein, der hat, der hat das abgeblockt. Okay, jetzt haben wir sie. Oh yeah, nice. Richtig nice. Wir brauchen, wir brauchen den Inhibitor. Oder? Leute? Zwei sind tot. Ja, ja, ich bin schon... Die wollten ja eh nur Dragon machen. Ah, die leben gleich wieder. Das ist scheiße. Ich geh mal oben noch ein bisschen pushen. Ach, guck mal an. Kann der mich eigentlich sehen durch seine komischen Dinger hier? So, jetzt sollte ich aber einen Abgang machen. Ich hab kaum noch Mana und Life. Ich bin schon wieder godlike. Nur scheint das auch nicht allzu viel zu bringen. Was pushen angeht. Okay. Äh. Gibt's eigentlich diese komischen Tränke noch? Äh, Moment. Tränke. Äh, genau das hier. Oh nice, die haben den Turm zerstört. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da schnell hinkomme. Obwohl, die machen das anscheinend auch ohne mich. Äh. Lol, die Türme sind auch neu. Also zumindest die Animationen von denen, die den Schaden machen. Die haben plötzlich so ein Laser statt. Oh oh. Ne, ich möchte ja jetzt ungern drauf gehen. So, Ulti rein und BÄM. Lol. Nice. So, wie viel sind jetzt down von denen? Vier. Gleich nur noch drei. Naja. So, komm. Den einen Tower hier kriegen wir auf jeden Fall noch down. Hä, die kriegen aber viel schneller Damage. Kann das sein? Aua, aua, aua. Die machen aber auch mehr Damage, glaube ich. Okay, das ist gut zu wissen. Äh. Oh, oh, oh. Der geht rein. Oh, oh. Dude. Oh, shit. Sorry. Sorry, guys. Sorry. Da konnte ich dir leider nicht mehr so richtig helfen. Go back and buy, told ya. Ja, ist schon okay. Blitzy. Okay, warte. Helfen wir dem noch. Denen hier noch, äh, schnell den Baron zu machen. Bin mal schon dabei. Weil... Lol, wat? Haben die den gemacht? Oder ist da jetzt was... Die... Die haben den doch nicht... Ne, das wäre doch dran gestanden, oder? Ich glaube, das... Das steht doch dran dran, wenn die den gemacht haben, oder? Ich glaube, das kann... Das kann... Was ist das denn? Ist auf einmal der Baron nicht mehr da. So, da brauche ich nicht sonderlich viel eingreifen. So greedy bin ich dann doch nicht. So, finish? Finish. Komm schon. Kein finish? Hm. Na gut, ich bin eh schon, äh... Kaufen kann ich mir eh nicht mehr sagen, wie ich viel. Aua, der ist böse, der ist böse. Yeah, typical kill. So, jetzt hier. Finish. Ah, ich hab den... Ich hab den Ding jetzt auch noch zerstört, hier. Haha, sehr schön. Ich glaub... Also, das... Oh. Das war durchaus ein schönes Spiel. Ich kann mich nicht beklagen. Das war durchaus ein schönes Spiel. So. Da ist jetzt das erste... Also, also... Das war durchaus nice. Ich glaub, da kommt auf jeden Fall noch mal eine Folge. Die dann wahrscheinlich genau anders laufen wird. Äh, ja. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, was passiert, wenn ich auf Weiterklicke, weil... Ich hab vorhin meine Testaufnahme gemacht. Mit Fraps und... Und hab minimiert und dann ist mir erstmal das Spiel abgeschmiert. Ich hab jetzt keine Ahnung, was passiert, wenn ich, äh... Ins Fenster komme, aber... Sollte sich da jetzt gleich... Fraps verabschieden, dann... Sag ich schon mal... Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch eine Bewertung da. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, ich freu mich jedes Abo und... Ja. Dann bis zur nächsten Folge von League of Legends, die wahrscheinlich doch aus... Dem Next vielleicht kommen könnte. So, jetzt bin ich aber trotzdem... Ich will trotzdem noch schnell gucken, ob das so funktioniert. Oder ob's jetzt... Gleich... Okay. Da hat Fraps, äh... Es hat sich verabschiedet. Die Aufnahme hat gestoppt. Äh, ja. Ich kann ja auch schnell hier... Oh, das ist, die läuft ja immer noch, fällt mir gerade ein. Ist ja egal, also... Äh, ja, was haben wir denn? 25, 3, 6. Also das kann sich durchaus sehen lassen. Also für den ersten Spiel, da hatte ich eine ziemlich lange Pause, war das... Nicht schlecht, sag ich mal. Äh... 18,2k Gold, 2 und 9 Creepkills. Ja, da war ich dann quasi... Man of the Match MVP. Mehr oder wenige. Äh, ja. Ja gut, aber... Ich denke da nichts auf den schwarzen Bild zum Gucken. Bis dann. Tschüss.